Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Crypto Update Video. Heute schauen wir uns ein bisschen mal Nier Protocol an. War ein vielfacher Wunsch von euch, einerseits natürlich in den Kommentaren, andererseits natürlich auch in den Telegram Gruppen, wo es sich öfters mal Nier gewünscht, wo sind mögliche neue Einkaufszonen und wo kann man auch dann zukünftig verkaufen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr rein investieren könnt, beziehungsweise mit welchen Prozentsätzen und sowas, werden wir uns jetzt alles im Laufe des Videos anschauen. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr sowas wie Nier kaufen wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. So, und wenn ihr natürlich weiterhin Altcoin-Wünsche habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein, dann werden wir die jetzt nach und nach immer weiter abarbeiten. So, nachdem wir jetzt unsere exorbitant sehr, sehr große Hype-Phase jetzt rum hatten mit Altcoin-Season, auch Nier hat es hier natürlich ordentlich erwischt. Also wir sind hier in der Spitze von Oktober, wo wir noch bei knapp einem Dollar waren, in der Spitze hoch auf knapp 4,63 Dollar. Also ein Pump um 378 Prozent mal hier innerhalb von ein paar Wochen. Altcoin-Season war voll in Gang. Wir haben jegliche Widerstände nach oben hin jetzt erstmal rausgenommen. Wir haben natürlich keinen Downtrend mehr vorliegen, denn wir haben hier auf den kleineren Timeframes jeweils diese Hochs bzw. diese Zwischenhochs hier alle rausgenommen und auch darüber geschlossen. Das heißt, erst einmal Downtrend erstmal vorüber. Jetzt geht es nur noch darum, diesen möglichen Abtrend, den wir jetzt bilden, erst einmal zu bestätigen und darauf oder auf diesem Weg befinden wir uns derzeit. Jetzt fangen wir erstmal mit den kleineren Timeframes an. Da sehen wir, okay, wir sind hier wie gesagt hoch auf 4,63 Dollar hochgestiegen. Daraufhin gab es erstmal einen übelsten Abverkauf jetzt erstmal in den letzten Tagen. Natürlich auch, weil Bitcoin nach der ETF-Zulassung und sowas ein bisschen zu händeln hatte. Aber wir haben hier schon mal einen 40-prozentigen Dump bekommen. Mittlerweile traden wir nämlich hier noch bei 2,92 Dollar. Also ihr kriegt hier schon wieder 40 Prozent Rabatt. Viele haben natürlich hier in diese Halbphase dann jetzt nochmal eingekauft, weil sie dachten, oh Bitcoin geht to the moon und sowas. Nee, Freunde, Altcoins werden in Korrekturen gekauft und nicht, wenn wir gerade mitten in der Altcoin Season sind. Das macht keinen Sinn. Deswegen habe ich mich auch extrem darüber gesträubt, irgendwelche Videos zu machen in den letzten Wochen. Natürlich bringt es mehr Klicks, aber bringt es euch was, wenn ich euch hier oben sage, jo, Nier könnte noch ein bisschen steigen und dann fällt es wieder. Bringt keinem was. Deswegen jetzt lieber hier. Auf jeden Fall, schöne Abwärtsbewegungen bis jetzt. Wenn ich das jetzt so richtig gezählt habe, werden wir jetzt hier erstmal in der dritten Abwärtsbewegung jetzt nach unten hin drittern. Wenn wir uns dann dazu noch das FIP-Level nehmen, von unserem Tief zu unserem Hoch, sehen wir, okay, wirklich Bullish sieht das momentan nicht aus. Wir haben schon das Golden Pocket auf dem 1-Stunden-Timeframe und natürlich auch auf dem 4-Stunden-Timeframe. Erster Mal nach unten hin durchbrochen. Also hier sieht momentan erst einmal gar nichts Bullish aus. Das Einzige, was hier uns momentan ein bisschen den Arsch retten könnte, ist im 1-Stunden-Timeframe, aber das ist jetzt mehr Trading-Geschichte, dass wir uns hier, genauso wie bei Bitcoin eben noch, diesen kleinen Wick hier unten holen und dann hier nochmal ein tieferes Tief reinkriegen mit doppeltem Boden und dann erstmal eine Aufwärtsbewegung in Richtung 3,46 Dollar sehen. Mehr sehe ich hier jetzt erst einmal zumindest kurzfristig noch nicht auf uns zukommen. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein riesiger Pump hier werden wird, weil, wie gesagt, momentan die Märkte einfach noch ein bisschen zu bearish sind. Wir haben es uns bei Bitcoin heute Morgen angeguckt, zieht momentan alles nicht so wirklich gut aus. Ansonsten, nach unten hin haben wir auf jeden Fall auch noch eine Ineffizienz zu füllen. Die befindet sich einerseits hier unten bei den 2,60 Dollar, also perfekte Confluence mit unserem 0,786er Fibonacci Retracement Level. Das wäre jetzt so das nächste Level, wo ich sagen würde, okay, hier könnte man jetzt langsam mal wieder akkumulieren. Und was meine ich mit akkumulieren? Ich würde hier in dieser grünen Box, die jetzt hier anfängt momentan bei 2,87, also da, wo wir jetzt schon drin waren, bis runter auf knapp 2,60 Dollar. Diesen Bereich würde ich 25 Prozent, wer jetzt noch nicht in Nier investiert ist, vielleicht 25 Prozent hier reingehen. Warum 25 Prozent? Einerseits ist es eine geringere Summe, aber ihr seid auf jeden Fall dann schon mal im Markt, weil das ist nämlich das, was jetzt immer öfters zu hören kommt. Ah, renne ich jetzt noch dem Zug hinterher? Bringt keinem was. Versucht euch beispielsweise, ihr wollt 100 Euro Nier investieren. Dann investiert ihr jetzt hier einfach 25 Euro rein, dann habt ihr noch 75 Prozent und auf dem Weg nach unten würde ich dann Step by Step weiter einkaufen. Was wäre der nächste Step? Der nächste Step wäre dann hier unten, wenn wir uns jetzt mal das Fib-Level komplett übergeordnet ziehen, das heißt, wir machen jetzt hier das mal ganz kurz weg und ziehen uns das Fib-Level, gehen hier aber noch ehrlich gesagt mal auf einen Daily-Time-Frame, weil da wird jetzt die nächste Analyse gemacht, ziehen uns dann das Fib-Level von unserem Tief bei knapp 1 Dollar bis hoch zu unserem Zwischenhoch und da sehen wir auch, okay, nächste Zone. Zum Akkumulieren wäre dann das Golden Pocket hier übergeordnet bei 2,38 Dollar bis 2,65 Dollar. Das wäre das Golden Pocket. Halte ich gar nicht mal so für unwahrscheinlich. Also in dieser Zone die nächsten 25 Prozent. Danach wird es dann schon schwierig. Danach würde ich mich dann eher hier unten auf 0,786er verlassen, weil hier die nächste Konfluenz sehr, sehr hoch ist. Das heißt, wir würden hier nochmal diesen ehemaligen Abwärtstrend noch einmal bestätigen und diesen dann zu Support flippen. Das sind jetzt erstmal so die nächsten Zonen, wo ich einfach einsteigen würde, damit ihr zumindest mal irgendeine Position irgendwie in dem Markt drinnen habt. Also, das heißt, jetzt momentan wäre die erste Position, die zweite dann hier am Golden Pocket, die dritte hier unten in Richtung 0,786er. Übergeordneter Chart sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Natürlich haben wir jetzt sinkendes Handelsvolumen, das ist alles nicht wirklich verkehrt. Wir hatten aber auch einen extrem großen oder exorbitant hohen RSI, der hier mittlerweile bei 81,82 auf dem Daily war. Das heißt, wir hatten dann hier unsere Bearish Divergence, die hat uns nach unten geführt. Jetzt weiterhin sind wir auch hier auf Daily-Sicht weiterhin in einem Downtrend. Das heißt, das sinnvollste Szenario wäre jetzt eigentlich auch mittelfristig, sollte Bitcoin nicht exorbitant mehr korrigieren, dass wir uns zumindest mal diese Ineffizienz bis hier runter noch holen, in dem Bereich der 2,60 Dollar. Von hier aus dann erst einmal eine Erholung schaffen und dafür mache ich jetzt nochmal wieder das FIP-Level aus, das übergeordnete und wir ziehen uns das FIP-Level von unserem Hoch hier oben bis mal runter ganz kurzfristig, wäre das die Möglichkeit, dass wir hier nochmal in Richtung 3,85 Dollar steigen beziehungsweise 3,92 Dollar. Das wäre so die Zwischenwege. Sollte es danach Bearish weitergehen und Bitcoin Abverkauf weiterhin legen, dann wie gesagt unser Bearish-Ziel momentan bei 1,62. Also jetzt nicht straight runter, aber vielleicht in weiteren Wellen, um dann nachhaltigen Pump hinzulegen. So, und wo nehmen wir jetzt momentan unsere Profite? Ihr habt gerade schon gesehen, unsere Einkaufszonen waren hier unten. Das ist diese blaue Linie zwischen 1,20 und ich glaube 1,10 irgendwo, wo wir akkumuliert haben. Das heißt, wir sind auf jeden Fall, für alle, die mich schon länger verfolgen, wir sind hier auf jeden Fall break-even raus. Also das heißt, wir haben jetzt nur noch Gewinne in dieser Position drin. Das ist natürlich fein für alle anderen und natürlich auch für uns zukünftig. Und zukünftig werden wir jetzt nochmal so den Fahrplan längerfristig angucken. Und zwar, unser All-Time-High lag hier oben bei knapp 20 Dollar. Sollten wir das überhaupt erreichen, steht in den Stern, weil ihr müsst euch auch mal die Market Cap geben. Die liegt momentan bei 3 Milliarden. Das heißt, von hier aus jetzt nochmal, ich sage mal 8x, wären 24 Milliarden. Also man muss immer mal so ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Es wäre schon mal geil und das schauen wir uns jetzt an. Von unserem Hoch bis zu unserem Bärenmarkt-Tief, wenn wir zumindest einmal das Golden Pocket erreichen. Das ist so der erste Step, meiner Meinung nach, bei Altcoins, wo wir erreichen könnten in einem Bullrun. Das heißt, von hier aus wären wir jetzt auch immer noch bei knapp, ich sage jetzt mal 4 bis 5x, die hier auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen sind. Unser nächster Verkauf, für alle, die hier unten schon akkumuliert haben, hätte ich hier oben beim 0,236er angepeilt. Also keine Ahnung, warum diese Box hier ist. Die sollte eigentlich hier sein. Das wäre unsere nächste Take-Profit-Zone. Auch natürlich für alle, die jetzt erst akkumulieren. Das wären auch hier 100%. Also es würde hier perfekte Übereinkunft passen. Dann vielleicht nochmal hier bei den 10 und dann auf jeden Fall bei den 13 Dollar die nächsten Profite nehmen. Gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Seht ihr nie überhaupt so weit oben? Ich nehme jetzt hier nicht die 31 Dollar. Also ein 10x mit 3 Milliarden Market Cap bei 30 Milliarden ist mir momentan ein bisschen zu viel. Für mich alles top, solange wir hier erstmal das Golden Pocket erreichen und dann können wir immer noch weiterschauen, bevor wir irgendwelche Moon-Prognosen noch machen. Gerne eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Das war es auf jeden Fall von mir. Wir hören uns dann auf jeden Fall zum nächsten Altcom-Video wieder. Wir haben ja noch ein paar auf der Liste, die wir uns auf jeden Fall anschauen sollten. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und wie immer. Stay Cript.